Nein, 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 nein. In dieser Lobby wird nur mit Geländewagen gefahren. Also, jetzt hört mir kurz zu. Ich habe eine gute Nachricht. Mein Kollege ist natürlich Ehrenmann des Jahrtausends. Bin ich nicht. Oh, ne, oder? Ich darf nur mit grauen Wachen spielen, oder? Ja. Bin ich nicht. Linger, ich habe gerade verdammte Scheiße in goldene Raketenwerfer aus dem Kitz gezogen. Ja, hast du doch nicht. Danke. Lock hat dann nur goldene Wachen in der Hand. Stell dir vor, er bindet jetzt goldene Pumpgun, goldene Scar. Digger, ich habe eine goldene Scar gerade eben aus der Kiste gezogen. Und die würde ich so gern mitnehmen, aber mein Freund muss sie ja haben. Ehre. Das ist geil. Weil ihr mir nicht gönnt. Das ist geil, das ist geil. Okay, warte, warte. Wie gesagt, mein Freund ist ehrenhaft und ich komme gleich zu euch, Fortnite. Fortnite. Wir kommen beide bei euch in die Lobby und zocken. Monte sagt, Monte sagt, Sissu. Ja, dann wird sich nicht der Mofus noch mal eine neue Gruppe aufmachen, weil ich habe eine Crewsitzung. Ja. Oh, okay. Aber. Aber. Brian macht man eine, ähm. Zu spät, ich bin hier gerade. Sissu. Monte sagt, okay, Sebastian, Monte sagt. Ey, Sissu, ich bin jetzt noch mal dran. Ich habe noch nicht einmal gesagt. Ja, ich auch noch nicht. Doch. Einzelne Mal, dass ich eine Aufgabe begeben habe, sagte er, nö, mach ich nicht. Okay, warte, ähm. T-Shirt, Monte sagt, kannst du mich wieder mit alle Waffen spielen davon, ne? Boah, Digga, gib mir meinen, das ist gar nicht, um Fazit. Okay, ich erstellt kurz eine neue Lobby. Okay, Sebastian. Ja. Gleich an euch alle. Ohne Auto verkaufen, ne? Kann, muss ich, ja, ohne Auto verkaufen, ist ja klar. Ich sage euch alle, sollte ich mir meinen Freund sagen, Monte sagt, ihr sollt jetzt alle gleich zwei Labdance im Stripclub kaufen. Okay. Labdance? Aber sie auch ausführen, komplett. Bis zum Ende. Ja. Da muss ich aber reden. Im Stripclub, ne Danzerin. Ja, ist ja easy, Digga. Dein, der auch, dein, der auch. Okay, der kann man. Da gehe ich noch kurz in die Privatparty, an den Spielzeit, Digga. Geh in die Spielzeit, dann müsste sie in der Rad flirten, dass ich's behalten kann. Nein, du, dann sagst du, es gibt's dir die ganze Zeit Komplimente, oder was? Genau. Geiler Arsch. Geiler Arsch. Ja, mach ich's. Geiler Arsch. Geiler Arsch. Digga, aber ich hab kein Geld. Ich kann's am Ende, ich kann's am Ende, ich kann's am Ende, ich krieg jede einzelne Macht, wenn ich so übelst gerne Zockedecke, aber doof dir sie bis jetzt gerade eben nicht mitnehmen. Da hat Glück, dass du das jetzt mitnehmen kannst. Bei wem auch immer das Echo ist. Das ist beim Zielschuh gerade. Ich glaube, das ist bei uns. Ja, keine Ahnung. Weil er halt sich jetzt nicht mehr, oder? Nein, auch ein bisschen, aber nicht schiel. Das liegt daran, dass er direkt neben mir sitzt, und dann auch in meinem Headset mithört. Also, weißt du? Das ist gut. Warte, ich setze ihn auf einen Sturm, oder hat er eigene Headset auf seinen Controller drin? Ja, er hat eigene Headset gerade. Okay, ja, da kann ich ihn in diesem Sturm setzen. Okay, Brian, wir können reinkommen. Warte, Brian, ich schieße dir eine Einladung. Ich bin eigentlich schon drin, oder? Download den? Ah, nee, du hast mir eine neue gemacht. Ja, ja, okay. Ich bin bei, wo steht den? Ich habe diesmal, war das glaube ich, nee, ich habe eine Einladung gemacht, ich wollte gerade sagen. Ich schloss noch vor einer Sitzung. Warum schiebst du mir eine Einladung? Weil das eine Einladung ist. Nee, ich komme hier sowieso schon rein. So, also, bei Brian, dir müsste ich den Crew-Rang-Name auch noch ändern. Bei dir heißt er Volldeer. Hanna ist so fucking low. Hanna ist so für die OP. So, kann man hier machen. Okay, come on, please, nur hjälp mal, die Hori. Ich gehe nicht schon. Denkt dran, ne? Wenn ihr du und das andere Team als letztes da seid, müsst ihr ihn gewinnen lassen. Komm, kann mir jemand Ehre machen und das irgendwie beheben? Wir beheben das jetzt. Ja, komm. Holt euch dringend. Wenn ich einmal im Endgame bin, Digger, dann gewinne ich meistens. Monter sagt, ähm... Monter sagt, Gringo, halt die Schnurr. Monter sagt, Gringo darf das Rest des Tages nicht ein Wort sagen. Wie's gestern noch. Nein, holt euch den Wind. Wehe auch. Äh, Wiener Würfel. Hey, Gurkensalat, bist du jetzt auch drin? Bin ich überhaupt bei dir drin? Gurkensalat. Bin ich überhaupt bei dir drin? Wann heißt der Gurkensalat? Nein, Sebastian, muss man nochmal in Leiter singt schicken. Schon wieder? Ja, ja. Ja, das hat nichts funktioniert gratis. Ich weiß auch nicht, wo. Detailsteckig ist. Der ist ein Lilla-Skab her. Lilla-Skab. Ich muss nicht haben. Er du sicher? Ja, ich mache Minis-Nimmer, glaube ich. Und dann dropper ich den her. Ja. Hop, hop, hop. Ja. Und zwei Mal in den anderen. Digger, magtbomba, die müssen nicht voll. Komm, wir müssen jetzt aufstehen. Ja. Kino, du darfst wieder reden. Stimmt, aber er war ja stimmengeschalt. Lara-Ding, oder wie die hieß? Habt ihr heute gezackt? Ja. Ja. Ich hab mich auch eingeladen, aber ich bin nicht reingekommen, weil mein Freund halt gerade gekommen ist. Und wir wollten mir ein bisschen schocken. Also nicht und dann. Wenn ich nicht reingekommen, dann meistens schocken. Ich wollte dir eigentlich auch schreiben, aber ich war zu faul. Das will ich auch immer. Da war die. Einmal für den besten Kollegen, so was zu sagen, dass ich faul bin, alter. Ihrenloser Wichser. Die Wahrheit, die Wahrheit tut weh. Die Wahrheit tut weh. Das hat man gemerkt. Ich weiß, es ist auch weh. Ja. Ja, in den first gang ist, da war er aber fucking low. Er ist nicht faul. Also zählen, der Eis ist bei der Bar. Ja, das ist so, ja. X-D. D-X. X-Demon, D-X. X-Demon, das ist nicht faul. Boah, Digga, ich hab 150 AP nicht 200. Oh, nee. Ich glaub, ich hab' am Großen. Wo seid ihr? Ja, ja, ja. Ist das jetzt ein Freundessitzung oder eine Einladung? Einladung. Einladung. Digga, was machst du da? Ah, ja, irgendwie mit Geländefahrzeugen, hast du gesagt. Ich hab' aber keinen Geländewagen. Ich hab' aber keinen Geländewagen. Kannst du auch Gehklassen nehmen. Was kann man noch nehmen? Gehklassen, Jeep. Hab' ich nicht. Ich kauf' mir auch einen. Hab' ich überhaupt einen? Ah, Gehklassen gilt auch. Ich hab' kein Gehklassen und ich hab' äh, keine... Ich hab' kein Gehklassen und ich hab' äh, keine... Dann nimm dir einen von der Straße. Digga, ich nehm' einfach den Nightchark. Ist ja ein Geländefahrzeug. Äh, für die Erdhanna, äh... Ist ein... äh... Ist ein Geländefahrzeug. Nimm den Tropitrack. Digga, warum? Nightchark ist auch ein Geländefahrzeug. Tropitrack ist geiler. Nightchark ist... Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, Monte sagt, äh, hier, äh, beheben. Also, jetzt nicht ziehen mehr mit, äh... Ja... Freik, kann du zertben nicht mehr? Ja, ja. Ja, ne, 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 ne. Ja, zahl. Ähm, ich mach' mal auf ihre, äh, Monte sagt, ich behebe es damit ihr auch mit anderen Fahrzeugen... Oh! Nicht nur Geländefahrzeuge fahren dürfen. Ich fahr' jetzt mit Geländefahrzeug rum. Mein... mein Freund hat halt kein... ...geländefahrzeug, das ist das Problem. Also wär's... ...n bisschen scheiße ihm. Digga, es sind noch 7 Leute am Leben, so stoppt der Meer! Fuck, mal! Ich hab' noch auch keins! Deswegen, jetzt darfst du jedes einzelne Fahrzeug benutzen, was du hast. Die lila Autist ist getrennt! Ich weiß gar nicht, hab' ich heute schon gedreht. Wir haben ein... Ohlalalala! Brian, einmal zum Casino! Und heute sag, Sebastian, die fahr'n! Kannst du überhaupt rüber? Ja. Ja. So. Mott sagt, Brian raucht jetzt eine. Oh, du bist ein Wichser. Mott sagt, Brian darf heute und morgen... Ich kann nicht mehr rauchen. Mott sagt, Brian springt beim Flug aus dem Auto. Ja, Digga, ich war ein bisschen zu spät dran. Ich hab meinen Controller nicht in Down gehabt, weil ich von den Zigaretten mache. Ja, verfüll die. Darfst du nicht. Der macht was? Das macht er, dass er für je? Okay, ja. Brian, darfst du nicht. Das wird ein bisschen schwer. Für neun Jahre, äh, wenn du neun Jahre rauchst. Kannst nicht einfach rauchen. Ah, isser. Direkt beim nächsten Stück. Au. Digga, und der Mann hat das noch so geil. Warum hab ich überhaupt ein Dings angehabt? Oh mein Gott. Sebastian, behebt das bitte rauchen. Brian, wir können viel rauchen. Danke. Monty. Ey. Ich hab gesagt, Sebastian. Der raucht schon zu viel. Keine. Keine. Gar nicht rauchen. Ich wirst alle nicht mehr rauchen. Zu spät. Monty sagt, wie der von... Monty sagt, wie der von... Monty sagt, wie der von alle rauchen, ohne dass ihr immer uns verbitt. So. Ein anderer von euch müsste CISO mal einladen. Warte mal kurz. Du blöd. Was muss ich machen? Leute. Ein anderer muss CISO mal einladen. Warte mal kurz. In deine Hand. Einer von euch müsste CISO mal einladen. Weil ich kann ihn nicht einladen. Bei mir ist nicht einladen. Bei manchen lassen mich weh. Im Wald. Wir können das einfach so machen. Und jetzt? Und jetzt? Ja. Soll ich den in den Arsch decken. Komm. Ey. Klafft Digga. Leute. Ladet einer von euch nicht zu Klappen. Mit der du auch im Mund hast. Soll ich den in den Arsch decken wieder raus. Ich will dann noch auf. Ey. CISO bist ekelhaft. CISO bist du überhaupt. Junge Mann. Warte sagt. Das was CISO gesagt hat. Musst du nicht machen. Mach ich sowieso nicht. Digga. Schon mal ne Zigarette. Kuss. Rauchen. Die Nase. Die Nase. Das habe ich schon gemacht. Mehr als einmal. CISO spielt auch gerade Fortnite. Achso. Okay. Dann nehmen wir meine. Dann nehmen wir meine Freundschaft. Und wieso? Sebastian. Jetzt kann ich dich nicht einladen. Und wieso? Sebastian. Wenn ich dich nicht einladen kann. Sebastian. Und wieso? Sebastian. Und wieso? Warum? 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 Und wieso? Warum? Ja. Und wieso? Das ist ein Pasch. Boah füt despesches Auto. Ah doch da. Ich bin der Boss in einem Biss. Ich mach noch belegen. Ich mach Hollywood Shit. Ich mach billig einen Schott. Ich mach Hollywood Shit. Ich mach Hollywood Shit. Ich will mir jetzt. Ihr besseres Lief ist iholala. Los ich mach. Ebulalala! Ebulalala! Tino bin eben nicht getötet. Pff! Ja! Digga, ich hab beim Fahrradler eine Kabate gewonnen. NEIN! So ein Millimeter! Millimeter! Millimeter war was! So ein Millimeter, ich hätte Auto gewonnen, aber jetzt hab ich 50k. Ist das der C20, oder was ist denn die Kackkarre? Alles was hier im Casino sind Kack-Autos. Das ist der, den du auch schon hast, Bram. Keine Ahnung. Dieser komische, der wegfliegen soll. Leute, bitte keine Musik mehr in der Stream. Montelag, zwischendurch macht das bisschen leise. Leise, Alter, mein Ohr! Ich bin ein Samstag! Ach Sebastian, ich muss oben auf dem Dach gehen! Ich muss auf dem Whopper spawnen gehen! So! Warte, was habe ich denn? Dach-Test! Dach-Test! Lach-Test! Dach-Test! Mach das neu so! Ne? so ich hab mein ich hab mein ding schon fertig ich hab kondome ich geh doch jetzt nicht drei kilometer bis zur tanke ja dann kommt dieser pedo der hier in meiner stadt ist der immer abends rum läuft und ist an der stelle und kommt in die packung kondome ich muss euch kurz eine story erzählen diese teile mit dieser mit dem licht oben drauf ja ja du meinst sie waren da darfst du nicht lang fangen so wurde nicht mit kleinen fahrzeugen gerätet so stimmt du hast auch nicht ein freundes besoffen und schenkt mir einfach so schön du hast gut valio du mal in dem ich bin liegt oben im schüsselspinner hab ich aber auch noch mal ich hab noch mit dem kerst oh meine freund ey ähm sebastian ja du bist die einzige Person hier die glaub ich oder ne Elias weißt du es auch was denn was denn gar nichts i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry wie denn ein richtiger Name ist ja so aber das axel rein bitte nicht ich kann die pflanze nicht aufnehmen warum weil du hässlich bist Junge ey vom blau schreit die so alter blasen digga ja Leute ich hab Autismus weiß ich Autismus schon sehr lange ok an euch alle also an sebastian monte sagt zieh dir in real life deine Unterhose jetzt aus die du an hast und zieh dir die auf den Kopf meine freundin ist aber nicht da also warum hab ich das im Grund warte was meine freundin ist nicht da also hab ich kein Kind dazu doch das ist ja der Sinn an der Sache dass du mit einer Unterhose auf dem Kopf sitzt ich heiß nicht Olli ey da war ja das mal vor mir tschüss Jo jo monte sagt dass du das äh das du gerade gesagt hast bei dir selber machen haha ich zieh die ganze hin ich meine Unterhose auf und das wäre ja auch ein gut für uns nehmen wir jetzt Digga was hörst du mich an man oh hast du ein Gängerngefühl oh hast du ein Gängerngefühl Sedo Hilfe lassen Sedo sowas ja opt compassionate yok ja andid einen gleich da war heute leck er sagt ja Expon doch прибten Ich bin ein Himmelloch. Ja. Dann pack dir mal deinen schwanksam Arsch. Was? Sebastian, wo ist die Pflanze? Was sind das für Leute? Das ist kein Gangangriff. Die haben einen Baum, wo du gerade stummst. Wie boh lalalala. Die sind da oben. Alter, da liegt die. Alter. Warum liegen hier Waffen? Wer wird mit dem Fallungslevel los? Warum liegen hier einfach Waffen? Hey Hitler! Hitler ist Hitler! Ah, 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 ah! Hitler, Hitler! Brian brauchst du Waffen? Wie liegen wir hier? Ich lov Brian, Brian braucht grad was anderes. Listen up, hey, people! Na, 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 na! Könnt ihr hier die Pflanze aufheben? Ja, wo ist die Pflanze? keine keine pflanze genau darum ist keine pflanze echten eigenes der peter stellung mit handwaffe kopf aber wer ist ja keiner pflanze deswegen montezart gringo soll 22 runden zwei runden durch den ganzen dings laufen sollst zwei runden genau durch den fußballplatz laufen herrn könnte die zeit nehmen ich kann sie nicht nehmen ich habe gerade einen unfall vorgebracht ich habe die ampel ich bin ein rasierter und du bist und so muss er zwei runden über dem platz laufen ja ok dafür werde ich sagen dass es nur eine runde wird also wichser warum wenn du mich mit dem chip verprügelt hast muss ich ihn verprügelt als tier montezart griner dann auch zwei runden um dings aber denke ich finde es wirklich ruhiger ohne züge muss ich ehrlich sagen bei kurs muss noch drin pass auf nein der ist auch nicht drin du kommst mit einem vorzeug so komm her kino 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 montezart sepastin auf zehn runden durch den platz kino herr auf die schlagen du pussi lauf jetzt komm ich bin Lauf jetzt deine Runde, Nütte. Komm, wir spielen 4 Kilometer. Lauf jetzt deine Runde. Aber nicht 10 Stück, Alter. Nein, mach auch 2. Mach 2. Nein, 10. Äh, ich... Sebastian. Sebastian. Mega. Monto sagt, du läufst jetzt 5 Runden um den Platz. Nein, das sind 2. 5. Nein. Was dann, er gibt die Aufgabe. Du musst machen, was er sagt. Passizieren. Im Ganzen. Ding, wo Monto sagt, du kannst nicht mehr um den Platz. Ja. Ich kenne auch gerade deine 5 Runden. Ja, du kennst mich, ich muss noch die eine Runde zu Ende machen. Ja, du musst dann einfach ein Buch machen. Aber was machst du? Du killst mich ja, du killest. Auch Klingo beschädigt doch nicht immer. Seht doch mal halt Spaß an. Monto sagt. Ja. Sebastian. Mir ist ja halt Spaß, aber... Monto sagt. Egal. Wenn ich in der Lobby bin, fahren wir alle zu Montchili da und Sebastian, du rennst den komplett Montchili da durch. Okay, Monto sagt, wir rennen alle den Montchili da durch. Nein. Monto sagt. Warte, warte. Monto sagt. Monto sagt. Warte, warte. Nur T-Shirt läuft den Berg hoch. Monto sagt. Monto sagt. Monto sagt. Sebastian läuft alle anderen nicht, und Sebastian darf daran nichts ändern. Hä? Okay, aber dafür kriege ich zumindest 15 Sekunden Vorsprung, wenn ich am Laufen bin. Ja. Nee, wir fahren ja neben dir. Wir fahren alle mit dem Motorrad neben dir, so lang. Am Arsch. Nein. Dann machen wir diesen. Sebastian! 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 Montag! Ich darf Tingo bei der nächsten Runde, wo ich ihm begegne, umklatschen. Ein klatschen. Ein klatschen. Ein Sack mit der Faust geben. Mit der Faust Kringo. Er kommt von ihm. Kringo Sack! Kringo Sack! Steig aus dem Auto raus. Schmeiß mich einfach raus. Und lauf weiter. Ja. Warum läuft nämlich einer? Ich sollte von meinem Freund fragen, ob er kurz mit einer Rocket fahren darf. Mit was für einer Rocket? Mit dem moderativen Motorrad. Was so lang ist. Weißt du was, Brian? Ja. Darf wir damit kurz fahren, weil er sich das vielleicht auch kochen möchte? Und ich kurz angucken möchte, wie das ist zu fahren. Können wir machen. Ja, da kommt die oben zum Spotlight. Und läuft ihr schön, Leute? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Montel sagt, Brian gewinnt. Montel sagt, Kringo komm zu mir, Brian komm zu mir. Montel sagt, Brian muss auch noch mal, bleibt alle auf der Stelle stehen. Gehen gehen. Montel sagt, wenn die anderen beiden auch hier sind, dann werden wir alle noch mal fünf runden. Hey, Digga. Was hast du? Digga. Hallo. Warte, Jungs. Montel sagt. Ich hab keinen Bock zu sterben. An euch, Montel sagt, ihr sollt alle stehen bleiben und dürft euch nicht bewegen. Zedler. Oh, die Nütte. Was? Du drehst nicht aus. Die Erspügelpiste. Kriegen wir von mich von Töten gedacht. wir müssen treffen wir hier auch sicher doch auch nein das bin ich ich muss mein freund kurz abholen ich habe keinen bock meine ganzen sechs wieder zu verballern sie schon warum war das denn jetzt mit der schlagring das war kein schlag ich hatte ich mit der paus gewonnen ist ja wer sich denn nicht auf mich alter können die mal aufhören nur den salat alter das ist der lotus oder kringo alter ist auf motto sagt kriegen wir auf keine wochen spielen schon hat oder ich bin gerade mit gefahren ich hole ihn ab und dann das einfach weiterhin man zu sagen Ja, ich bin auf der Motorrad. Ich bin auf der Motorrad. Ja, ich bin auf der Motorrad. Du musst nur fahren auf ein Spur, okay? Du musst nur fahren auf der Spur. Und dann musst du überhalte in der Midterbahn, aber du musst nicht überhalte, du musst nicht überhalte, du musst nur in der Spur. Ich sehe, wir waren frischend. Was? Ich fahr gerade im Gegenverkehr. Warum? Um meinen Freund nur anzufahren gleich, wenn ich ihn treffe. Ah, ja. Wenn wir uns entgegenkommen, fahr ich ihn an. Unsere Brian Leuch kriegt mich an. Hallo. Polos. Digga. Warte. Ich bin ne Türke. Du, 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 du. Entschnaupt. Einen Türke. Hat mir das einfach. Ich muss auch meine flautin. Ich muss auch meine der linken. Ich hab die in der Ballkammer, fick dir ab. Flöste hin, Digga. He. So, ich bin wieder für die Bisse, Mann. Geht mal weg, aber what? Er muss auf der Straße. Für Motorrad. Nein. Nein! Ja, ich nehme meine Baty auch. Yes, jetzt kommt die Stollen noch. Werde von Lorville, ja. Digga, der Krieger hat so gar nicht so aufrollt, die Schlenke da. Das merke ich jetzt. Oh, ich bin schon mal. Ich bin schon mal, ich bin schon mal. Was du machen, Mann? Ich habe mich schüdet. Ich habe mich schüdet. Ich habe mich schüdet. Ich habe mich schüdet. Was ist denn da? Was ist das denn? Hi, Brian. HOMO! Kann der kurz damit fahren, Sebastian? Wenn ich wieder hochholen will, klar. Alter, was bin ich? Ich bin ein Hund! Digga, warum muss denn noch alle die Blumen, Alter? Le werfen! HOMO! Wir werden ohne Hund gefangen. HOMO! Der wird nur noch einen Hund gefangen. HOMO! 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 Das ist für ihn! HOMO! Das ist ein Tier-mörder, Läger! Das ist ein Tier-mörder, Läger! Das ist ein Tier-mörder, Läger! Das ist ein Tier-mörder! Das ist ein Tier-mörder! Das ist ein Tier-mörder, Läger! Das ist ein Tier-mörder! Ich komme, ich habe eine Bile. Die ist kold, also. Okay, einfach nach vorne. Da muss ich füllen, Läger! Karl! BANG! NOTE! Nein, das gibt der Euer. Das gibt der Euer. Das gibt der Euer. Tanks. Ich muss schon sagen, das bei gehts auf jeden Fall geil. Meiner auch. Oh, letztens ist geil. Ist nicht geil, ist scheiße aus. Ich bin auch Polo. Oh, da ist der Lotus! Wow! Er tritt liert sehr viel, Alter. Er schlägt mit der Taschenlampe zu, Mann. Was sagst du? Hallo? Deine Mutter sagt das. Ich bin Polo. Ich bin Polo. Und sein sollte nicht auch schnell sagen. Oh, was geliebten? Oh, was brätscht sie? Ich bin Polo. Ich bin Polo. Ich bin Polo.